Toll, die UNO sucht den Superstar. Wer hat die schönsten Bilder, die treuesten Fans, die besten Texte? Fragen wir den Showprofi, der mit Sicherheit ratweist, Dieter Bohlen. Können wir jetzt mal anfangen? Ich hab nicht ewig Zeit. Och nee, du schon wieder. Machst hier mit Friedensgesäusel ständig auf mega dicke Hose. Dabei bist du doch hier nicht mal ständig bei Stimme. Nächster. Okay, also du hast echt was drauf. Geile Performance. Du hast ja so ein raketenmäßiges Gefühl fürs Timing. Eine mega Choreografie. Also mit dir sollten wir verhandeln. Nächster. Was wär das denn? Schickt er einen an Demo-Tape, statt hier selbst aufzukreuzen? Angeblich wegen Lampenfieber oder so. Schiss vorm öffentlichen Auftritt. Will der uns verscheißern? Also mit dem Bart soll er zu Sissi Top gehen. Nächster. Alter, dein Auftritt fand ich jetzt voll super. Du kommst schon so voll profimäßig rüber. Hast uns schon ganz schön viel gezeigt und so. Aber ich hab das so im Urin, dass du hier irgendwie noch viel mehr abliefern kannst. Nächster. Mann, jetzt steh doch nicht so krampfig rum. Mach dich mal locker. Ja, genau. Hey, so will ich das sehen. Ist doch eine geile Nummer, die du da abziehst. Du entwickelst ja voll die Präsenz auf der Bühne. Also Alter, wenn du so weitermagst, bist du für mich klar der Favorite. Mach auf alle Fälle so weiter. Scheißegal, was der Rest der Welt dazu sagt. So landest du mit Sicherheit den Millionentreffer. Das war toll. Und nächste Woche toll. Colin Powell präsentiert doch noch die Smoking Gun. Sehen Sie nur, was der Irre da wieder angerichtet hat. So landest du mit Sicherheit den Moment.